Wir haben auch geweckt. Guck mal, Puppe, wo ist die Mama? Ist die Mama da? Ah ja, das ist die falsche Seite. Du hast ja drüber gesprochen, dass du oft von der falschen Seite kommst. Aber ja, Pippi, bist du eine brave Mama? Bist du eine brave Mama? Ja, jetzt erleichterst du es? Ich weiß nicht, so ganz. Ah, da kommt was. Ich glaube, das ist er. Ah, genau, der blaue. Das Böbchen. Ah, muss noch geputzt werden vielleicht, weiß ich nicht. Na, der Pieselkrat. Super auf der Ablaube. Ich glaube, der hat jetzt gar nicht das Auflaube noch rein. Da hast du jetzt gar nicht dazu gelassen, oder wie? Also Bücher. Jetzt aber der Run-Begin. Blau drückt sich vorbei. Blau drückt sich. Der schafft sich jetzt da durch. Na, soll der wieder zu färz? Sorry. Oh, der geht echt fällig aus. Ich hab gedacht, wir kommen da drinnen rum. Aber das ist nicht mehr so. Ich kann nichts machen. Da geht nicht gut. Komisch, aber ist gut. Aber da ist es nicht gut. Da geht noch. Da wsteht sich doch. Ah, da. Vielen Dank.